Ja, das sind wirklich erschreckende Bilder, die hier gleich zu sehen sind aus Norditalien und auch aus Südfrankreich. Auch dort gab es vor zwei Tagen zum Teil heftige Unwetter und diese Unwetterserie ist noch nicht vorbei. Es fielen bisher bereits 500 bis 700 Liter Regen pro Quadratmeter und das ist das Dreifache von dem, was bei der Flut in Deutschland runterkam. Hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net am heutigen Dienstag. Die Bilder hier sprechen für sich. Eine Flutwelle nach der nächsten rauscht aktuell durch Norditalien. Auch da schwimmen Autos umher. Häuser sind fast zur Hälfte in der Flut versunken und da werden natürlich die Erinnerungen wach an die Flutkatastrophe bei uns in Rheinland-Pfalz und auch in Nordrhein-Westfalen. Das Ganze wiederholt sich aktuell im südlichen Teil von Europa. Besonders Südfrankreich ist betroffen gewesen gestern und vorgestern aktuell, vor allen Dingen Norditalien. Und das Ganze ist noch nicht vorbei. Deswegen, liebe Urlauber, im Herbsturlaub aufgepasst, besonders in Italien und auf dem Balkan. Da müsst ihr mit weiteren zum Teil heftigen Unwettern rechnen. Und das Ganze zieht auch noch weiter Richtung Griechenland. Bei uns dagegen gibt es ab heute Nachmittag neue Schauer aus Westen und der Wind, der fricht vor allen Dingen in der Nacht im Westen nochmal deutlich auf. Denn das Tiefliddy kommt näher an uns herangerückt. Ja und diese Überschwemmungen, die gehen eben zurück auf diese heftigen Niederschläge von bis zu 500, teilweise 700 Litern Regen pro Quadratmeter. Die Behörden rechnen sogar teilweise mit 800 bis 900 Litern. Und das ist mehr als eine ganze Jahressumme bei uns in Deutschland, beispielsweise von Berlin. Das ist also deutlich mehr als das, was bei uns in Berlin in einem Jahr vom Himmel kommt. Und die nächsten Stunden, die versprechen erstmal überhaupt keine Wetterendung. Wir schauen uns den Strömungsfilm an und das Tief Christian, das liegt fast stationär hier über Italien. Es bewegt sich nur ganz langsam von Ort und Stelle und zieht später so ein klein wenig weiter Richtung Balkan. Das heißt auch hier auf dem Balkan, da wird es zum Teil kräftigen Regen geben. Auch dort Gewitter mit Starkregenpotenzial und später rutscht das Ganze weiter auch Richtung Süditalien und rüber bis nach Griechenland. Bei uns dagegen das Gegenstück dazu. Ein stabiles Herbsthoch baut sich auf bis zum Freitag. Da wird es richtig schön bei uns. Goldenes Oktoberwetter. Aber das ist ja meist so im Herbst, wenn wir den goldenen Oktober bekommen, dann ist hier unten im Mittelmeer mächtig was los mit Unwettertiefs. Und genau das tut sich jetzt in den kommenden Tagen hier weiter fortsetzen. Der aktuelle Niederschlagsfilm, der zeigt nochmal hier diese starken Regenfälle um Italien herum. Und besonders später auch hier auf dem Balkan und hier in den Alpen in Hochlagen, da schneit es teilweise. Aber das Ganze schiebt sich wie gesagt später weiter Richtung Balkan und hier gibt es zum Teil nochmal weitere heftige Niederschläge. Und da kommt wirklich einiges vom Himmel. Das sind die Regensummen hier über Italien und den Balkan bis zum Sonntag. Und da kommen teilweise nochmal 200 bis 300 Liter Regen pro Quadratmeter obendrauf. Bei uns hier in Deutschland wird es auch ein bisschen nass werden, aber wir reden hier von 10 bis 20 Litern in den kommenden 24 Stunden. Das sind nun wirklich keine vergleichbaren Regensummen. Wir zoomen mal ein bisschen rein in den Bereiche Italien und auch Balkan und wir sehen, da ist viel Rot und auch Weiß-Schwarz mit dabei. Und das bedeutet über 200 Liter Regen pro Quadratmeter in der Spitze, teilweise auch bis zu 300 Liter Regen pro Quadratmeter. Also Urlaube bitte aufgepasst, rund um Italien, da herrscht in den kommenden Tagen weiterhin Unwetterpotenzial. Wie geht es bei der Großwetterlage insgesamt weiter? Wir schauen uns mal die Wetterlage von morgen Mittwoch an und wir sehen, hier ist Deutschland. Morgen haben wir auch so ein Tief hier über Nordwestdeutschland liegen. Das ist das Tief Didi und das bringt vor allem in dem Westen viel Wind und Regen. In den höheren Lagen kann es auch einzelne Sturmböen geben. Und hier sehen wir über Italien das Tief Christian und das sorgt dort weiterhin für gefährliche Unwetter mit Starkregen. Und noch ein alter Bekannter ist zu sehen, ein Hurricane, ein Ex-Hurricane mit dem Namen Sam. Der ernährt sich langsam hier Island und der liegt hier auf dem Atlantik. Und der forciert den Aufbau des goldenen Herbsthochs bei uns in Deutschland. Wir gucken mal weiter auf den Freitag und siehe da, hier ist wieder Deutschland. Das Herbsthoch hat sich dann schon über weiten Teilen Mittel- und auch Nordeuropas aufgebaut. Nur hier im Mittelmeer, da bleibt es weiterhin sehr wechselhaft zwischen Italien und Griechenland. Da drohen weitere zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Und der Ex-Hurricane Sam, der zieht munter weiter Richtung Island, bleibt uns also ziemlich weit in der Ferne noch erhalten. Wie geht es weiter insgesamt in den kommenden 10 bis 14 Tagen? Da schauen wir uns wie immer mal die Ensemble-Prognose an. Hier zunächst mal für den Westen Deutschlands. Wir sehen hier oben die 2 Meter Temperatur bis zum 21. Oktober. Und da tut sich eigentlich relativ wenig. Spannend ist die rote Linie. Das ist die mittlere Temperatur aus allen Einzelläufen. Und die bleibt eigentlich relativ konstant. Immer so um die 15 Grad. Da ist also keine große Veränderung zu erkennen. Aber nach hinten raus, wie es so schön heißt, da gibt es mal Einzelläufe. Ja, mein lieber Mann, die gehen ganz schön nach unten. Und die lassen auch hier so ein paar leichte Schneesignale aufploppen für den Westen Deutschlands. Aber wahrscheinlich sind es nur Ausreißerläufe. Die bringen hier Tageswerte so um den 18. und 19. Oktober von 0 bis 5 Grad nur noch. Aber das Mittel bleibt weiterhin deutlich höher bei Werten um die 15 Grad. Auffällig ist auch, in den kommenden Tagen ist insgesamt erst mal relativ wenig Niederschlag zu erwarten. Das ist eben dieses goldene Herbst, dieses goldene Oktober hoch. Zum Vergleich noch der Blick nach Ostdeutschland. Auch hier auf die 2 Meter Temperatur. Und momentan liegen die Werte dort um die 20 Grad. Danach wird es etwas kühler. Und insgesamt, da rutscht das Mittel die rote Linie ab auf Werte um die 15 Grad. Und auch dort bleiben wir meist auf diesem Niveau immer so um die 15 Grad. Und das bis zum 21. Oktober. Aber auch dort erkennt man sehr gut, da gibt es so ein, zwei Läufe. Die gehen später ganz schön weit nach unten Richtung 0 Grad, 0 bis 5 Grad. Mehr ist da nicht mehr drin. Zumindest nicht nach dieser Berechnung. Und das würde heißen, auch hier wären einzelne Läufe mit dabei. Mit ersten Schneesignalen bis in tiefere Lagen. Das wäre wahrscheinlich der ein oder andere nasse Schneeregen. Also doch eher Nassschnee, der da runterkommen könnte. Aber wie gesagt, es sind nur Ausreißerläufe. Und die Mehrheit bleibt doch ziemlich weit oben angesiedelt. Um die 15 Grad. Das wäre natürlich für Schneefall deutlich zu warm. Und bei den Niederschlagssignalen anfangs, man sieht auch hier, es bleibt längere Zeit auch mal bei einer trockenen Phase. Auch hier breitet sich der goldenen Oktober in den nächsten Tagen auf. Und besonders am kommenden Wochenende, da wird es in vielen Landesteilen trocken sein. Mit viel Sonnenschein. Aber hier und da ist der Dunst und Nebel durchaus auch mal hartnäckig. Und dann kann es auch mal den ganzen Tag eher drüb bleiben. Aber sonst kann sich verbreitet die Sonne durchsetzen. Also eine sehr spannende Wetterlage. Wir bekommen den goldenen Oktober. Der Süden Europas leidet unter massiven Überschwemmungen mit Rekordniederschlägen. Mal gucken, wie es in den kommenden Tagen weitergeht. Wollen wir hoffen, dass die Regenfälle auch im Süden Europas bald nachlassen. Das war es vom Wetter hier bei Wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wir freuen uns natürlich auch über ein Abo auf unseren Wetterkanal Wetter.net auf YouTube. Tschüss und einen schönen Dienstag.